Das ist doch mein Gürbchen. Ich komme mir auch nicht klar, Alter. 100 Mark! 100 Mark! Und Lein. Können wir jetzt bitte einfach nur zu den Simpsons treffen fahren? Ja, ich habe alle. Sagst du erstmal guten Morgen? Es gibt heute Apfelräuber. Richtchenräuber. Los, jetzt! Warte, ich muss noch Rettich hier hinten filmen. Mach den Schinger an, jetzt! Winke mal! Okay, wir fahren los. Kannst du dich mal umziehen jetzt hier? Alle ziehen sich um. Überall nackige Männer. Der zieht schon die Darmus-Ungerhose an. Darmus-Ungerhose, sagst du? Was sind die? Noch eine Wortmeldung hier? Nee. Nee. Oh, das ist doch mein Freund. Hä? Was machen wir hier heute? Kette sparen. Willst du noch was wissen? Na, richtig erstmal. Aber nachher isst du noch eine Rennkurke hier und dann geht's los, oder? Na, hast du mal eh noch. Na, wir holen uns eine schöne Rennkurke hier. Liebe seine berühmten Rennkurken, sind am Start. Die Operkownikskraft. Oh 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 oh. Schau, weißt du ein? Die Frau? Meier, willst du mich verarschen? Ich bin hier an's um. Setz doch mal die Mütze richtig auf. Du siehst aus wie ein Hortkind, ein essliches Hortkind. Ich bin ein Hortkind, ich glaube ich frei. Thomas! Stinkst! Stinkst! Sammler! Nichts! Stinkst! Das ist der Fall schon weg. Das war die vierte Minute. Das ist mein erstes Passdrehen, was er klärt heute an dem Hürdenkampf. Und ich denke vor Allpflegung... ...und dann läuft das nicht richtig. Es ist ganz schön staubig gewesen. Schöner Backfisch. Schmeckt das Meier? Was? Ey, du kannst mir ruhig mal antworten. Schmeckt's? Dein wievielter ist das? Der fünfte oder der erste vierte? Ein ganzes Bett voll Backfisch gepresst. Drei. Drei, vier. Okay. Und hier sehen wir in einsamer Natur einen Meister. Onkel Maischi. Und wir haben schon die ersten Verluste erlitten. Hier fehlt der Kopf. Da krieg ich ganz tolle Erscher Häme. Da muss ich, glaube ich, ein Jahr lang wieder sparen, um das auszugleichen. Und hier eine geile Crew übrigens. Und ganz wichtig ist immer Benzinanzug. Wer ist tot? Die Crew? K2DF ist nicht tot. Wir leben das weiter. Wir sind das neue K2DF. Wir sind K3DF. Die neuen Gumbels. Die neuen Gumbels, genau. Wenn das nicht los geht. Wie ist das drin? Gal. Das ist so geil. Statt auf dem einen Gumbelsatility. Musik 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 Meyer, du geiler Sohn Zwei richtig hässliche Böhe Musik Das ist mein Kostüm für Zwickau. Martin, kommst du auch nach Zwickau? Nein, auf jeden Fall Zwickau fällt aus Wenn ich einen Boten nebel Wie viele Flaschen Havanna willst du nach Zwickau mitnehmen? Musik Entschuldige Freunde, es geht los jetzt hier Zeig uns mal was du gewonnen hast Leute Altes Hortkind Zeig mal die Tüte hier Eine Tüte Eine Tüte Brutales Zeug Und schmeckt doch gut Noch mal Meyer Schöne Havanna Zola Fahrburg Der Räutchen Bart Alter, leck mich am Arsch Das ist kein Wind Ich sag euch hier, das ist hier an einem Bierstand Havanna Cola Ist doch relativ viel los Ja, ist natürlich auch kein Wunder Wir am Bierstand hier hinten Meine Jungs, gibt's Havanna Cola Beste Leben Beste Leben Wie viele Ich bin einfach Hab our Havanna Lisa Ja Düsseldorf Havanna 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 Auf Havanna 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So Robert, wir sind wieder daheim, was sagst du zum Treffen in Suhl? Es war eigentlich ganz gut, warm, staubig wie Dachs, sieht man auch, die Karre sieht aus wie, fuck, aber ansonsten eine schöne Veranstaltung und nächster, vielleicht mal mit mehr Leuten wieder, machen wir schon Stimmt's? Dachs? Nicht Peace and out Good kick Ja, 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 good kick